Hallo. Hallo. Nathalie. Ich habe auch noch dieses hier mit. Es ist mehr so groß. Ja. Ja, das ist ja das ganze. Wie in meiner ... Kommst du schon immer aus Aachen? Ne, ich bin hier zum Studium hin gekommen. 1987 im Herbst. Ja. Und habe dann hier Politische Wissenschaft und Germanistik studiert. Und bin dann in die Hochschulpolitik eingestiegen, weil sie hier die Fakultät schließen wollten, an der ich studierte. Und so bin ich dann ... Das war schon vorher politisch über Kirchentag. Und mein Bauch gehört mir. Weg mit dem 218. Das war so der Hintergrund. Anti-Apartheid und Tschernobyl. Sauerer Regen. Ja, und dann bin ich in Aachen hängen geblieben nach dem Studium. Alle wollten weg. Also alle wollten hier bleiben. Ich wollte weg. Und ich bin hier geblieben, habe dann an der Hochschule gearbeitet. Und Aachen gefällt dir super? Aachen ist eine super Stadt. Es ist eine europäische Stadt. Das hat mir immer gut gefallen. Das war auch beruflich immer ein Thema für den Technologietransfer und die wirtschaftliche und wissenschaftliche Zusammenarbeit. Das war schon ... Das hat mir immer gut gefallen. Im Studium, vor dem Studium, nach dem Studium. Das ist einfach so ein kleines Europa, was wir hier haben. So mit offenen Grenzen und viel Interaktion zwischen den Regionen in der Euregio Maas Rhein. Das ist top. Häufig ist das ja bei der Presse. Die sind ja nicht alles so super Profis. So und jetzt schaust du irgendwann rüber. Das ist ja jetzt hier noch nichts. Nur damit du mal so siehst von den Farben, wie das nachher kommt. Schön. Aber das auch da zum Beispiel. Das ist eine deiner Lieblingsgegenden hier? Also das kommt dem schon ziemlich nah. Ich habe hier früher im Jakobsviertel gewohnt und ich hatte eine Freundin hier. Die waren allerdings in der Generation meiner Eltern. Ich habe gedacht, wenn die mal ausziehen, wäre das genau die Wohnung. Hier in der Anderstraße, alles schön fußläufig. Das wäre es. Also das Jakobsviertel, da habe ich jetzt mein Studium verbracht. Das ist schon so mein Lieblingsviertel. Aachen 2030. Was müsste sich da unbedingt verändert haben? Ja, autofrei. Das ist mein Thema. CO2-Werte runter. Brauch keine Elektroautos? Ja, man kann natürlich mit Elektroautos schön viele Leute transportieren. Wir haben jetzt hier gerade den Ego-Move vorgestellt bekommen. So ein People-Mover. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass man viertelweise weniger individuellen Verkehr hat und mehr solche Dinger, wo man sich dann zum Arzt oder zur Post mitfahren lassen kann, die auch nun durch die Gegend rollern. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber dass der Platz eben von vielen mit viel Rücksichtnahme genutzt würde. Und nicht nur von einer Gruppe, die sich durch die Stadt bewegt, sondern von vielen verschiedenen. Okay. Ein europäisches Deutschland. Also Europa als Kernthema. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir energieeffizient ohne großen CO2-Ausstoß leben können. Und dass wir Dinge einfach mal anders denken. Woah! Also, es geht's. Und das hat den Text zabolickeln. Und zwar explanstiker.